Auch die New England Patriots sind auf der Suche nach einem neuen Quarterback. Ja. Ach, ich wäre jetzt da. Was ist krass? Hast du dich jetzt von der systematischen Reps ausgetrickst? Also, wenn ich die New England Patriots wäre, ich würde raus traden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich nehme den Hörer in die Hand für eins der Teams hinter mir. Gehen wir jetzt mal Minnesota Vikings, vielleicht die Denver Broncos, Las Vegas Raiders. Das sind für mich alles drei Teams, die ich anrufen würde, die auf jeden Fall einen Quarterback brauchen. Und ich würde tatsächlich am ehesten die Las Vegas Raiders anrufen rund um Antonio Pierce, weil wenn es einen Coach gibt, der vielleicht Bock hat auf Jadon Daniels, dann eher, weil er ihn aus dem College kennt, würde er dann den 13. Pick nehmen und wahrscheinlich dann noch nächstes Jahr entweder einen ersten, der mir richtig viel bringen würde, oder zwei Midround-Picks, so einen aus diesem, einen aus dem nächsten Jahr. Ich glaube, das sollte reichen. Ich weiß nicht, was das Powerful-Pro-Focus dazu sagen würde für einen First-Rounder dieses Jahr. Vielleicht zwei Second-Roundern insgesamt, ob du dann von der 13 auf die 3 hochkommst. Ich glaube schon, zwei Second-Roundern zu sagen. Also wenn du nach... Eigentlich ja, zwei Second-Roundern, ne? Also wenn du nach Draft-Tech... Ähnlicher Trade letztes Jahr oder für Trade Alliance waren drei First-Round-Picks und zwei, zwei. Die kamen auch von der 12 auf die 3. Ja, aber drei First-Round-Picks von 49ers, ne? Ja, gut. Also sagen wir es mal so, vom Value ist es schon tausend Punkte beim Draft-Trade-Value-Chart. Von daher ist es schon auf jeden Fall was hinlegen müssen. Okay, andersrum. Dann lass ich die Frage andersrum stellen. Ich sag, also für mich Patriots, sind wir uns da einig, dass wir jetzt Patriots traden wollen? Also mein Szenario, ich hab's ja schon mal auf Twitter gemacht, am 20.03., ist der Double-Trade-Back von den Patriots. Also ich hol mir hier die zwei First-Round-Picks von den Vikings, die dann wahrscheinlich McCarthy holen. Und ich geh dann von der 11 nochmal auf die 13 mit den Raiders, weil die Raiders die Broncos jumpen als Division-Rival. Okay, ich will auf gar keinen Fall als Minnesota-Vikings traden, möchte ich hier drin rumwerfen. Ich hab was vor mit den Minnesota-Vikings. Okay, dann lassen wir das. Also nehmen wir die Raiders, oder was? Ich möchte, also ich würde, ich würde gerne, also wenn ich die Vikings bin, ich würde umgehend traden. Sag ich einfach, wie es ist. Ich weiß nicht, Marek, du kannst das, ich sag, es bin nur ich. Ich sag jetzt nicht, was ich vorhabe. Das können wir gleich klären. Aber ich würde als Vikings nicht overpay. Für mich wäre das ein klassischer Overpay. Ja, du bist ja gerade die Patriots. Kann dir egal sein, was die Vatrix machen. Also Patriots, ich suche einen Trade-Partner, da bin ich safe, egal wer. Aber ich würde jetzt den Trade-Partner gerne so ein bisschen für uns suchen. Und ich würde sagen, die Vikings, wenn ich die Vikings bin, würde ich das nicht angehen. Aber als Raiders würde ich diesen Trade-Up schon suchen. Ich versuche gerade eine Sache nur live zu erhaschen. Sehen wir die Broncos unter Umständen mit irgendwas Verrücktem nach oben gehen, indem sie wieder ihr Kapital verballern für die Zukunft, aber dann sich den Rookie holen, weil Sean Peltner versagt? Nee. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Außerdem hat er ja so Riesenaugen. Ich glaube, der will einfach, dass wir das jetzt machen. Also ihr müsst mir sagen, dann resette ich die Klocke. Aber mit wem willst du trainen? Mit den Raiders. Auf die 13 zurück. Hm. Auf die 13 zurück. Sagen wir mal so, als Raiders, werdet ihr bereit? Wir nehmen jetzt, und ich lege es schon mal fest, ich bin die Raiders, ich will Jaden Daniels. Verbindung zu Antonio Pierce. Antonio Pierce hat gesagt, er will einen Ball-Off-Quarterback, er will nicht irgendwen haben. Wir wissen jetzt nicht den Preis, werdet ihr bereit, den richtigen Preis zu zahlen, um auf die 3 zu kommen? Hast du das Value schon gerade offen? Ja. 1000 Punkte hat er gesagt. Ist das ein First-Rounder dieses Jahr, First-Rounder nächstes Jahr und ein Dritt-Rounder nächstes Jahr? Das wäre, also die Differenz ist dieses Jahr ein Wert von einem extra Mid-First-Rounder. Aber wie gesagt, wenn du hoch willst, in die Top 3 zahlst du eh mehr. Also zahlst safe jetzt die 13, dann nächstes Jahr die 1 und dann wahrscheinlich sogar noch die 2, nicht die 3. Wollte ich gerade sagen, also du wirst schon eher genau das, was du gerade gesagt hast. PFF sagt, this trade will likely be accepted. So, jetzt müssen wir sagen, wollen wir das als Raiders machen? Ich habe nichts dagegen, ich bin für Patriots downtrade sowieso. Mir ist das Team egal. Vielleicht nochmal zur kurzen Erklärung, warum wollen wir das machen? Die Patriots haben so viele Needs, ein neues Coaches-Staff. Ich finde die Top-Cubies, die so diesen Blutschip-Charakter haben und die sind von Bord. Also Drake, Mike, Kelly, Williams, für mich die beiden Blutschip. Und Jaden Daniels muss dir schon sehr gefallen oder du musst halt eine Verbindung irgendwie haben. Dass du sagst, ey, ich will den haben, ich kenne den, ich kenne den Charakter, ich bin mir 100% sicher. Deswegen würde ich sagen, die Patriots ist genau der richtige Move. Und für die Raiders ist es dann das, was wir gesagt haben. Tony Pierce braucht seinen Quarterback so da. Und dann hast Minshew, hast ja auch Gartner Minshew da, in der ähnlichen Saison zum letzten Jahr. Machen wir das? Außerdem ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Raiders nicht gut sein werden nächstes Jahr. Vielleicht das ganze Ding sogar vor dem Bus fährt, Pierce entlassen wird und dann hast du dann einen sehr, sehr guten Pick. Machen wir das? Ja, also wie gesagt, ich finde Raiders auch, also Vikings haben mir jetzt einfach auch viel zu oft gehört, auch schon in den letzten zwei Wochen, dass ich glaube, das gar nicht passieren wird. Dann locke ich das mal ein. Die Patriots traden mit den Raiders, gehen zurück auf die 13 in unserem Mock-Draft und die Raiders draften auf der 3, Quarterback Jaden Daniels. Also haben wir ja erstmal geklärt, 1, 2 und 3. Moment, das können wir jetzt theoretisch noch besprechen, ne? Oder ist es dann safe, dass du den Pick auch entscheidest? Das war jetzt ja mein Intro, dass ich gesagt habe, ich mache das nur für Jaden Daniels. Also ich sage, Jaden Daniels ist der Guy. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.